Sascha mal wieder im Game. Rein in die Masse würde ich sagen, wa? D-King, das Video muss ich leider bei mir auf den Kanal hochladen. Ich habe keins für morgen. Kurs geht draußen, wie du weißt. ...seiten auf Null haben. Zack, mit Strichern, dey. Und, gefällt es dir, Bruder? Zeig mal. Okay. Let's go. Oh, und Leute, sendet mir gerne Clips über meinen Discord-Server zu. Der Link ist in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Hier bleibe ich jetzt liegen bis zum Sack-Nimmerleins-Tag. Du musst mich schon überfahren, wenn du nicht mit mir schlafen willst. Ich hoffe, der fährt einfach drüber. Du weißt schon, dass ich nur rückwärts rausfahren muss. Alter, die Amis haben wieder den krankesten Scheiß entwickelt. Ich ziehe euch das mal rein. Du bist am Supermarkt, ne? Hast diese Einkaufswagen. Und dann packst du da einen Euro rein. Wahrscheinlich einen Euro, oder? Zack. Dann kriegst du deinen Einkaufswagen. Einfach so. Häftig, Mann. Kannst auch nicht rausziehen, den Euro. Hä, der bleibt da drin. Aber wenn du das Ding wieder zurückbringst, dann hast du da so einen Schlüssel an der Seite. Und den packst du hinten wieder rein. Zack. Dann kriegst du deinen Euro wieder zurück. Also wie genial ist das denn bitte? Hm. What the fuck, Bro? Wer ist das? Das ist eine Legende im Internet. Alter, krank. Wuhhhh. Wuhhhh. Wuhhh. Wuhhhhhhh. Digga Junge. Ich will den auch sehen. Das hab ich noch nie gesehen. Magst du Döner lieber im Brot oder als Yarak? Ich weiß nicht was Yarak ist, aber auch ein Hashtag fragt Sache dahinter, sehr schön. Ich weiß nicht was Yarak ist, keine Ahnung, noch nie gehört den Begriff. Ist Yarak dieser Fladen, in der Mangelung eines besseren Wortes, dieser Pfannkuchen in den es reinkommt, dann esse ich es lieber in dem Pfannkuchen, also Dönerrolle halt. Bis auf meinen Lieblingsdöner, den mag ich tatsächlich lieber als Döner. Was ist denn los? Mach die Lampe aus, mach die Lampe aus. Mach die Lampe aus! Alter, WTF? Aurelio, grüß dich. Eine Frage, go. Würdest du für Isa mit dem Rauchen aufhören? Aurelio, danke, dass du da warst. Dope, bist du jetzt da? Ja, hallo, hat man mich jetzt wieder? Sag noch mal was? Hallo, hat man mich jetzt wieder gut? Super, ist top, eine Frage, go. Ich muss noch ein bisschen leiser machen, aber sonst ist top. Vielleicht nicht so laut sprechen. Warte, 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 ich hab diese Gruppe nur gegründet, weil die Heuschler ist zwei. Letztlich habt ihr auch vergessen, Mann. Los, diese Liga. Die habt ihr auch vergessen, Liga. Was sind die für beste Freunde, Mann, ich schwör's euch. Ich hab so eine Bekannte, die hat mal gesagt, ein Indianer stirbt im Setzen. Und da hab ich mich echt mal hingesetzt. Das war aber im Sommer noch. Mit zwei Flaschen Korn. Und hab dann, jetzt sitze ich hier und sterbe. Aber dann hab ich irgendwann Hunger gekriegt, dann bin ich aufgestanden. Nach sechs, sieben Stunden, als der Korn alle war, und dann bin ich losgetogelt und hab mir was zu essen geholt. Dann bin ich gestorben, halt. Okay. Okay. Chillige Story, Mann. Saugeile Story. Also, ich bin halt kein Indianer. Das sieht mir doch hier, das sieht mir doch hier schwer nach sexueller Belästigung aus. Warum haben sie denn ihre Beine so breit? Jetzt kommen sie... Hier, erstmal. Herz und raus, freis, bitte. Ja, natürlich. Bitteschön. Boah, die schöne Lippen, ey. Das muss schön sein zu küssen. Ähm... 86er Baujahr. Hä? Was ist, wieso ist die denn... Wieso ist sie weiß? Ey, das ist doch gar nicht ihr Personalausweis. Ich würde gerne mal über Geld reden. Leute, was kommen wir reden? Und zwar hab ich neulich ein Video gesehen, wo eine Person meinte, wir sind die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, die dafür bezahlen, zu leben. Boah. Obwohl alle Ressourcen auf diesem Planeten eigentlich kostenlos sind. Ja. Boah. Ey, das ist echt krass. Wir zahlen dafür, obwohl die Ressourcen eigentlich nichts kosten. Alter. Aber wir haben es über die Jahrhunderte, Jahrtausende angestellt. Da bist du auf einer Spur. Da bist du auf einer Spur. Und wenn wir zu wenig Geld haben, warum drucken wir nicht einfach mehr? Boah. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab einen Esel gefunden, der V-Box kackt. Für Fortnite. Für Fortnite. Oh mein Gott. Guck mal was mir beim Parken passiert ist, Alter. Alles zerkratzt. Mein Vater wird mich umbringen. Oh ho ho ho. Bro, oh fuck man. Oh ja, in a fucking car destroyer. In a fucking, like literally, like literally, look at the car, man. Look at the fucking car, look at that. Look at the fucking car, man. Look at the fucking destroyer, man. Look at the fucking destroyer, man. Oh mein Gott, fucking like... Welches Bundesland hat da nur so Kurzferien? Saarland, imagine. Kurz die einwöchige, ich fick meine Schwesterwoche und dann geht's wieder zur Schule, oder wie? Hä? Nein, ey! Nicht sollst du Chance machen. Hallo? Saftig, sag mal, spinnst du? So, jetzt reicht's. Das Geschenk ist von meiner Mutter. Meine Mutter hat uns diese Mauer am Geschenk. Deine Mutter ist meine Mutter. Nein. Nein. Zum Flütenmann. Flü, 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 Flütenmann! Spielt die Flüte! Hier, mein Mann! Helle, kleine Freundin! Mit der Livestream! Flü, 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 Flütenmann! Spielt die Flüte wie ein Mann! Ein Geisteskrankes Flütengenie! Ein Geisteskrankes Flütengenie!